Herzlich Willkommen hier in der Villa Spreuli zu unserer Performance Living Room. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hierher gefunden haben, um mit uns gemeinsam diesen Abend zu erleben. Living Room ist eine begehbare Performance, in der wir mehrere Räume gleichzeitig bespielen. Und meine Motivation für diesen Abend war, weniger eine Choreografie auf das Haus drauf zu stülpen, sondern eher lauschend in eine Art Dialog zu kommen mit den Räumen. Das heißt, zu spüren, was für eine Atmosphäre ist hier im Haus, zu sehen, aber auch die Dinge zu sehen, nicht nur die sichtbaren, sondern auch die unsichtbaren. Wir bespielen relativ viele Räume des Hauses, das heißt die Kellerräume, alle drei Salons, das Bistro, das Treppenhaus, im ersten Stock ein Raum, im zweiten Stock die Atelierbohnung einschließlich Dachgeschoss. Räume des Hauses, das ist der Land die St. Kultus, das Bistro, das Bistro. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Musik